moin leute was geht auf dem kanal maxi king wir sind hier im wald ja ich würde sagen wir tun einmal ein bisschen spazieren und wir wissen nicht wo wir her gehen soll es wird es wird ein kleiner blog der erste blog den wir machen leute bitte reagiert auf meinen kanal ich höre jetzt in den kommis werden wir daher ich würde sagen wir gehen da kommen wir nicht weiter und no risk no fun wir gehen geradeaus weiter wir haben gerade was ich muss gucken leute 16 24 und es können hier wildschweine herumlaufen aktiv und wenn wir hier nicht weiter kommen müssen wir noch mal zurück gehen wir sind schon ein stückchen weitergegangen und wir haben schon andere wege gesehen also wir gehen wieder normal zurück und tun dann wir sehen uns einfach wieder wenn wir am anderen weg sind und dann machen wir weiter bis gleich so leute hier sind wir an einem kleinen see hier haben wir unsere stücke gerade eben reingeworfen wir gehen weiter bis gleich also hier geht es hoch aber wir gehen erst mal den weg hier und gucken ach so von der kreuzung hier sind wir gekommen ja und wenn wir da hinten hingehen sollten dann schreibt die kommis aber wir gehen jetzt erstmal hier den weg runter und tut uns unter dem video also mich mein kanal maxi king tut ihn auf jeden fall noch unter den also at maxi king bei paluten und i crymax runter machen dass sie auf uns reagieren sollen falls das überhaupt leute sehen sollten äh ja es geht weiter wir sind hier irgendwo an der zivilisation angekommen hier kommen wir nicht weiter wir gehen wieder zurück und wenn wir gleich wieder an der kreuzung sind werden wir uns wieder sehen also bis gleich an der kreuzung ach so und was für euch ein paar sekunden geht ist bei mir in zwei minuten also bis gleich an der kreuzung so die letzten paar meter vor der kreuzung und da sind wir schon wieder angekommen jetzt geht es den weg hier hoch ich würde sagen ich würde sagen ich würde sagen nur es knoppern ja auf jeden fall das trau mich im hübschen das trau mich im hübschen das trau mich im hübschen das trau mich eigentlich gar nicht aber ich mache es egal ist das doch scheiße also beschreibt es mal in die kommis ja ich weiß nicht wo wir sind Leute warte ja ok Leute ich dachte meine Schuhe sind jetzt dreckig ey oh mein Gott oh Leute da hoch oder da runter da runter brauchen wir eigentlich nicht zu gehen da waren wir weil wir wissen werden da sind wir hergekommen vom ersten Trail wir gehen also hier schräg hoch Leute ach so und Leute wenn wir hier nicht weiter kommen sollten gleich hier diesen Weg das ist richtig steil für euch sieht das wahrscheinlich nicht so steil aus dann gehen wir nochmal in die andere Richtung da wo wir gerade eben hergekommen sind von da und dann tun wir da probieren weiter zu gehen und Leute hier sind halt die ganze Zeit irgendwelche flieche 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 mir ja guck mal hier wir sind hier an irgendeinem Hang und wir sind hier komplett von der Zivilisation abgekattet achso und äh ja ja uff nix eigentlich wir gehen jetzt hier hoch Leute ach wir selten zack zack boah Leute hier kommen wir glaube ich nicht weiter weil hier sind auch rutschige Blätter ja Leute wie ihr merkt das ist super geil dann macht euch bitte nicht nach weil ich will hier auch kurz von hinten fallen ich glaube wir müssen uns hier helfen oder wir sind glaube ich oben angekommen und wir können hier nicht weiter gehen wir sind am nix Ort der Welt ey das sieht echt schön aus äh warte äh Leute wir gehen nach unten äh ja stimmt einmal nach unten filmen soweit sind wir hochgegangen oh für euch sieht das aus wie 2 Meter für uns sind das hier glaube ich 5 Meter oder so ja äh tschüss wir sind gleich dann wieder da unten und dann gehts weiter mit dem Vlog ciao bis unten äh also Leute und da sind wir schon wieder angekommen von da oben und jetzt gehts weiter jetzt gehts weiter wir haben bis heute 10 Jahre gebraucht bis wir da waren und bei euch waren das 2 Sekunden achso und lasst auf jeden Fall auf Ehre mal ein Like und ein Abo da und dann werden wir irgendwann vielleicht mal erfolgreiche und wenn euch so eine Vlogs gefallen schreibt es in die Kommis wir machen das gerne nochmal ja wo wir jetzt Probleme haben wir können nur noch 9 Minuten aufnehmen ähm ich weiß nicht gehts jetzt hierher oder hier mhm ich würd sagen wir gehen hierher äh ich glaub da ne ich glaub wir sind hier nicht stimmt wir sind ja da nicht weiter gekommen vielleicht ist das hier der Weg wo es weiter geht ne stimmt wir sind hierher gegangen und dann hab ich euch gefragt ob wir hier runter gehen sollen oder weiter geradeaus lass hier runter gehen ja wir probierens mal und wenn euch so eine Naturvideos auch gefallen dann lasst auch nochmal ein Abo und ein Like da ja weil das ist etwas sehr viel Aufwand so eine Videos zu machen um hier überhaupt ne interessante Location zu finden oh Gott ich weiß gar nicht wo wir sind also ich hoffe und Leute jetzt sind wir mal kurz leise und ihr könnt diese Natur hier genießen und schon gehts weiter wir haben nur noch 8 Minuten aufnehmen mit Zeit und wir müssen uns deswegen beeilen ja und Leute hier gehen wir hoch ich hab auf meinem Kanal hab ich eigentlich gesagt ich will täglich Videos machen ich hab's nur nicht geschafft weil ich halt zeitlich manchmal keine Zeit hatte deswegen ja aber es kommen noch weitere Videos es geht dann auch mit mir du bist ich fahre der es geht dann noch nicht ich du 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 Vielen Dank.